Musik No, it's not European time, sondern wenn man sehr sehr aufmerksam den Zeitplan verfolgt hat, dann hat man mitbekommen, dass vor geraumer Zeit diese Anfangszeit verändert wurde. Und zwar eine Viertelstunde vorher. Jetzt wollte ich doch nochmal eben ganz kurz klarstellen. Wir freuen uns auf einer Mixtur aus Masters und Prestige. Und somit freuen wir uns, dass die Zwei-Sterne-Reiter in Kombination mit den Fünf-Sterne-Reitern jetzt einmal um die Wette reiten. Und es ist ein Springen über die Hindernishöhen von 1,45 Meter. Es sind insgesamt 46 Teilnehmer, die sich eingetragen haben. Und große Namen und Honore Leute, die wir begrüßen dürfen in dieser Prüfung. Wir möchten beginnen mit Pius Schwitzer. Balou Rubin hat er auserkoren. Ja, hier sein mit Pius Schwitzer. Die Zwei-Sterne-Mer przep bandiert relativ 잘못. Aber dort sind mehr? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Mit dem Doppelsteil integriert. Das ist auf den letzten Meter. Er hat es Ihnen jetzt einmal ganz kurz gezeigt. Nicht nur, wo es lang geht, sondern dort auch, wo der Hammer hängt, möchte ich fast sagen. 61,39 Sekunden hat er benötigt. Pius Schwitzer und Balou Rubin blieb komplett strafpunktfrei. Maß der Dinge. So soll es laufen. Daran sollen sie sich messen. Und wiederum.